Morgen. Guck mal, jetzt kommt die beste Nachricht des Tages. Das Aquarium ist die Nacht geplatzt und jetzt ist die ganze Bude unter Wasser und unser Auto steht auch in der Garage und wir kommen jetzt hier nicht weg. Aber wir haben es nicht mitgekriegt, wir haben geschlafen. Guck, so sieht es jetzt aus. Ohne Wasser. Oh mein Gott. Ooohh, geemplare... ... ... .... Untertitelung des ZDF, 2020